Ja, also mir gefällt mir, ich bin hier zufrieden. Mein Name ist René Jaun. Ich bin gebürtiger Mürner und mittlerweile bin ich seit sieben Jahren bei der Almihubelbahn als Anlageleiter und habe dort für mich ganz einen guten angeblichen Job. Die Almihubelbahn haben 1912 gebaut, Skifahrer und vor allem die Bobfahrer. Mittlerweile ist es eigentlich das Hauptgebiet für die Skischule. Da sind im Februar teilweise 100 bis 150 Kinder, wenn alles zusammen normal ist. Das gibt am Morgen ziemlich Renn. Wir haben eine schöne Sonneterrasse, eine schöne Wirtschaft. Es können auch viele ältere Leute hier unterwegs sein. Nach einer schneereichen Nacht haben wir erst die Schneeräumung um die Talstation herum und dann hier auf dem Almihubel. Und was halt eben noch dazu gehört, nachher vor allem unsere Ausweiche, dort wo die Bahnen aneinander vorbeifahren. Das ist unheimlich anstrengend. Es geht niemandem eigentlich sehr gerne. Die Bahnen kann es machen, aber sie muss einfach gemacht sein. Das ist für mich eine absolute Traumarbeitsstelle, dass ich keine Einschränkungen dabei habe. Ich bin hier sehr gerne, das ist wunderbar. Nein. Das ist eine absolute growthe.